So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Yoshi's Island. Wir sind endlich in Welt 5 gelandet und beginnen mit Feuer und Eis. Ja, wir befinden uns auf dem Weg nach oben und da schneit es natürlich auch. Und dieser nette Lakitu, der sich da gerade wie Gott verhält, nur ohne Blitze, sondern mit Feuer, ist im Grunde auch nicht schlimmer als jeder andere Lakitu auch, der ist schnell da und schnell wieder entfernt. Wenn man es geschickt macht, kommt man noch an seine Wolke ran, aber das war es auch schon. Kann man hier ein bisschen rumfliegen, was jetzt aber auch nicht so wichtig ist in diesem Teil. Wenn er seine Feuerbälle auf den Boden wirft, dann steht immer so eine Feuerbälle. Der könnte entgehen, wenn ihr irgendwo draufsteht, wie zum Beispiel hier drauf auf diesem Kram. Dann passiert euch nichts, weil da keine Feuerwelle entsteht dann. Aber eigentlich kann man ihn auch ganz einfach und simpel mit der Zunge entfernen und dann nervt er sowieso keinen mehr. Und so langsam wird das Schneetreiben doch schon ziemlich dicht und ich falle auch jedes Mal auf dieses blöde Ding ein. Achso, die Kerle können wir noch aus Super Mario 3, nur dass sie diesmal ein klein wenig anders aussehen, nicht mal so klein wie vorher. Und die Kugeln sind auch ein klein wenig gewachsen. Aber ansonsten sind es noch immer haargenau dieselben, nervig wie und je. Ich habe die Teile früher mal gehasst. Ich weiß gar nicht, ob die einen Namen haben oder so. Ist hier unten was? Vermutlich nicht. Ich springe hier trotzdem runter und werde es vermutlich auch bereuen. Nein, da ist eine Kiste. Also habe ich alles richtig gemacht. Was ist denn da drinnen? Ein Schlüssel. Toll. Und den brauchen wir jetzt wofür? Achso, ich erinnere mich. Natürlich. Ach, da spuckt schon wieder so eine Pflanze. Na, dann zeig mal, wie ich diese Teile hasse. Zum Glück müssen wir nur den einen entfernen, dann wird es nicht ganz zu zäh. Ich verpasse auch jeden Einzelnen. Der Ländler wird schon ein scheiß Zeher, weil er immer nur einen spuckt und ich habe jetzt keine Lust, mich da mit dem noch irgendwie zu kloppen. Oh, Dominova. Peng. Ist nicht schlimm, geht später eine schlimmere Stelle von, sagte ich, und wäre beinahe plattgewalzt worden. Ach, komm schon. Man dankt. Ach, da war schon wieder ein Likido. Ich habe dich gesehen. Oh, ein ganz vieler Versteck, wa? Da verkriechte ich da gar nicht erst. Na, sonst noch irgendwas? Ich bin mir ziemlich sicher, hier gibt es irgendwo wieder was. Ach, die Pinguine sind toll. Die sind doch ziemlich süß. Die sind ein bisschen wie Flummi. Die tun nicht weh. Die... Bon. Schubst euch nur ein bisschen durch die Gegend. Peng. Wird er nicht mehr. So, hier haben wir dann auch das Minispiel-Haus. Ach, verflut. Auch kann ich das ja nicht runterschutzen. Jetzt müsste es aber Ballonwerfen sein. Ich habe es im Gefühl. Ich habe es im Blut. Und ich hatte recht. Ballon-Duell. Blablabli. Nur zwei Leben. Also noch die moderate Variante. Das wird mir wieder spannend. Ich mache einfach durch. Irgendwann wird da schon platzen. Ist mir jetzt egal, ob ich da Ewigkeiten warte oder nicht. Das bleibt sich gleich. Ach, komm. Ich hoffe, dass wir dieses Spiel wirklich schnell durchkriegen. Na. Nee. Ich habe so das ganz dummste Gefühl. Den kriegen wir. Na. Oder. Oder. Mach Peng. Mach Peng. Mach Peng. Mach Peng. Ach, verflucht. Ja, jetzt aber. Komm, das Ding ist perfekt. Auf die Minisekunde genau getimt. Damit haben wir das Spiel schon beim allerersten Mal durch. Ich bin hoch erfreut. Und nun schauen wir jetzt erstmal, was in dieser Röhre ist. Dafür brauchen wir ja zum Glück keinen Schlüssel. Ähm. Eier. Was möchtest du mir sagen? Triff dieses Fragezeichen wirklich mit einem Ei und verwandel dich in Helios. Denk und der Pilot kann hier fünf rote Munzen finden. Ja. Huh. Toll. Freut mich. So. Mehr oder weniger. Ja. Nein. Das lasse ich am besten mal. Ich nehme erstmal das Ei mit. Mein Eier waren sozusagen. Oh ja. Sehr schön. Und trotzdem mal wieder irgendwelcher Lärm. Dann wollen wir doch mal schauen, dass wir die fünf roten Münzen finden. Jetzt wäre natürlich wieder eine Lupe hochinteressant. Wir müssten irgendwo eine haben. Ich habe nicht keine Lust. Sonst haben wir keine Lust. Wir haben doch da. Ich jetzt Ewigkeiten durch die Gegend zu fliegen und ein paar rote Münzen zu suchen. Das Problem ist zudem ist nämlich auch noch, wenn wir das vergeigen, dann kommen wir hier nicht mehr hin. Weil dann ist der Helioshi weg. Und das ist ziemlich doof. Weil dann kriegen wir auch hier 100 Punkte nicht. So sollten wir sie jetzt aber geschafft haben. Und können hier weiter unsere Wege gehen. So. Ach, jetzt kommt diese Eispiele-Geschichte. Eiszeit. Plack. Oh, Sternregen. Eismelonen sind toll. Ich mag die. Plack. Und tschüss. Auf Nimmer. Oh Gott. Bitte. Oh ja, es war klar, dass ich da noch reinstehen muss. Und. Danke. Ich wollte gerade sagen, jetzt läuft da nochmal direkt direkt rein. Ist da ein Shy Guy eingefroren? Die sehe ich zum allerersten Mal. Ja. Offenbar haben es nicht alle so gut mit dieser eisigen Kälte hier drin. Wahrscheinlich alle wirklich problemlos damit klar zu kommen. Da kommen wir nicht rein. Hätte mich auch gewundert eigentlich. Hier noch irgendwas hinter? Nö. Natürlich nicht. Da ist eine Eismelone. Ich habe sie gesehen. Hier ist ein Pinguin. Den habe ich auch gesehen. So. Da oben ist der Sternkreis. Ich möchte vorher versuchen, auf 20 Sterne zu kommen. Dann könnte ich komfortablerweise. Ach, natürlich. Eiszapfen. Was für ein Spaß. Wenn auch nicht ganz für die Familie. Äh, für die ganze Familie. Oh Gott. Ah. Diese Teile nerven. Bei den Eiszapfen müsst ihr aufpassen. Sie tut auf jeden Fall weh, wenn ihr an sie runterspringt. Egal, ob sie gerade runterfallen oder nicht. Achtet drauf. Ansonsten wird es ziemlich schmerzhaft. Für unseren Arm, Yoshi. Und den muss man auch immer runterschießen. Toll, jetzt habe ich vermutlich gleich irgendwie... Ach, komm schon. Tschüss. Oh Gott. Nein. Ich hasse Eiszapfen. Ich hasse Pinguine, wenn sie ausgerechnet hier rum hüpfen müssen. Na, komm schon, Yoshi. Danke. So, du kommst jetzt am besten mal irgendwo hin. Ach, natürlich nur ne Blume. So, fällt dir jetzt noch irgendwas gar nicht jetzt, natürlich. Da müssen da jetzt aber Sternchen drin sein. Und dann laufen wir den ganzen Weg wieder zurück. Kommt da jetzt noch irgendwo ein Eiszapfen? Ich nehme einfach mal grob an. Ja, hab dir jetzt den Mutten-Korrad-Fahrrad außen gehört, da hier gerade an meinem Zuhause vorbeigerauschelt ist. Ich habe ihn auf jeden Fall gehört. Und selbst wenn, ihr werdet sie überstehen. War ja nur kurz. Da kommt da jetzt noch was? Nö, natürlich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt durch den Sternkreis. Haben diese Höhle praktisch auch schon direkt abgeschlossen. 30 Sterne. Die Eismelone nehme ich nicht mit, weil ich sie eh nicht durch die Türen nehmen kann. Aber ich glaube, ich kann sie durch die Röhre mitnehmen. Also nehme ich sie doch mit. Na, komm. Lang da. Und nun Beeilung. Die Pinguine sind auch weg. Die stören uns nicht mehr. Das heißt, wir kommen jetzt einfach mal problemlos durch. Gut, das passt noch. Und die Eiszapfen sind sowieso weg. Ab durch die Röhre. Und kriege ich ihn mit? Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Und hier ist ein... Nein! Erzähl mir jetzt nicht. Ich habe irgendwo hier eine rote Münze verpasst. Ich würde es nicht überstehen. Ich würde sterben und sterben. Ich Idiot. Pinguin, komm mal her. Natürlich nicht. Sondern gibst du mir halt dann mal eine Kugel da. Kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Oder machen wir so ein Ei. Ach, ha, 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 ha. Hätte ich mir denken können, dass so eine Sterne drin sind. Na, komm her. Irgendwas schießt er wieder. Ach, natürlich. Irgend so eine blöde Pflanze, die sich da gesondert anstrengen muss. Och, komm, ich brauche jetzt wirklich niemand. Hier ist er irgendwie schon etwas nerviger, weil wir auf ein paar mehr Sachen achten müssen. Aber eigentlich wirklich auch nur nervig und nichts anderes. Komm, hör auf. Hier müsste jetzt aber ein Leben drin sein. Oder auch einfach nur ein Münzkreis. Ja, sowas gibt es auch manchmal. So, Pinguin, dann komm mal her. Dann verhau ich dich dagegen. Natürlich wieder nichts Besonderes. So, dafür bräuchten wir gleich mal... Ach, da ist ein Fake-Nummer. Ähm, Lakitu. Och, was willst du? Oh, da ist ein. Eins, zwei... Achso, da brauche ich ja nur einen. Haha. Witzig. Da ist ein Schalter. Ich habe den Schalter aktiviert und ich habe keine Ahnung, wofür der ist und... Nein, so ein Müll. Ich brauche hier auch gerade wieder nur Quark, ne? Ist hier jetzt noch irgendwas? Eine rote Münze. Ich habe das ganz bittere Gefühl. Ich weiß, wo sie steckt. Beziehungsweise steckt Tee. Weil, wenn sich dieses bittere Gefühl jetzt bestätigt, dann hat sich das ziemlich erledigt mit der roten Münze. Also, Lakitu, komm ran. Brauche ich dich nochmal. Ach, waff deine Kugel weg und dann gib mir deine Wolke. So, nun hoffe ich mal... Ach, komm schon. Das gibt es doch jetzt wohl nicht. Dass ich einfach mal die letzte rote Münze da oben in der Röhre finde. Ich habe allerdings arge Zweifel. Ah, Leben, ich liebe dich. Okay, wir haben die letzte rote Münze. Wir sollten noch alle Sternchen haben. Deswegen können wir die Blumen hier lassen. Wir sind ja mal sozial. Da oben ist auch nichts mehr. Und dann flattern wir einfach durch zum Ziel. Und nehmen wir den Schalter am besten noch mit. Der gibt uns einen gewissen Sprungbonus. Wenn man da noch geflattert hätte, wäre alles perfekt gewesen. Und dann ab durchs Zieltor. Plapp. Und wir kriegen ein Bonusspiel. Sehr schön. Dieser Schallgeier-Empfer hat mir tatsächlich einen riesigen Schrecken eingejagt. Aber wir haben es überstanden. Wir kriegen nochmal zwei Leben dazu, oder? Ne, nur hundert. Okay. Ja, hundert Leben wäre schön. Die könnte man hier jetzt in diesem Roulette wunderbar verbraten. Wie viel setzen wir? Wir haben so viele. Es ist wirklich unglaublich. Ich setze, wie ich beim letzten Mal schon wollte, einfach 50. Wobei, wenn das mal drei kommt, sind es gerade nur 150. Das wäre ja langweilig. Egal, ich probiere es einfach. Na, drei? Drei? Oh, sehr schön. 150 Leben extra. Das ist auch nicht schlecht. Wir haben noch gar nicht genug von diesen Dings da. Ähm, Leben. Da kriege ich das nächste Level... Ach, ne, das kriege ich ganz sicher nicht mehr rein. Das Level quält mich doch durch bis zum Ende. Ähm, was macht man da? Ähm, man wählt es an, natürlich. Ähm, der Berg ruft. Ja, den ruf nehm ich aber gerade mal gar nicht an, denn ich hab so ziemlich keine Lust auf Berge, nehm ich rufen. Ähm, oh, schöner Effekt. Dann würde ich sagen, dürft ihr euch im nächsten Part auf dieses Level freuen. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und sage bis dann.